Ich kann euch leider heute weder richtig schöne Hype-Musik noch visuell ansprechende Gebiete bieten, weil wir einfach mitten im Mount Stratus stehen. Aber ich habe auf jeden Fall vor, hier heute rauszukommen. Beim letzten Mal haben wir auf jeden Fall wieder fleißig erkundet. Wir haben auch sehr viel Backtracking übernommen, auch wenn gar nicht so viel letztendlich zu tun war, wie es eigentlich aussah. Aber wir haben zumindest alles soweit abgeklappert, haben auch ein Random-Eye gefunden, haben ziemlich auf die Schnauze bekommen von dem 1-Level-50er-Dragoran-Trainer, aber das gehört ja schon dazu. Und haben auf jeden Fall auch unseren, ich glaube mittlerweile siebten Orden bekommen. Genau, das war die Gestein-Arena. Die ging auch eigentlich ganz gut. Also ich glaube wirklich am schlimmsten fand ich die erste mit Elektro. Die Wasser-Arena fand ich ganz schön knackig. Und Pflanze hätte halt potenziell auch ziemlich gemein werden können. Aber so an sich ist eigentlich immer noch recht angenehm. Ihr müsst nur bedenken, wir haben auf jeden Fall 16 Orden. Wir können ja noch nach Joto, wenn wir hier fertig sind. Deswegen, wir kommen zwar eigentlich recht flott durch, wir haben aber auch noch eine ganz andere Region, abseits von Thunoth. Dementsprechend darf man das auf gar keinen Fall vergessen, dass das Spiel doch einiges an Umfang hat. Und ich denke, dass wir jetzt so langsam auf Story-Finale zulaufen. Ganz kurze Zusammenfassung dessen. Wir haben die Welt der Pokémon und wir haben eine Welt ohne Pokémon, die parallel existieren. Und Mew hat die Fähigkeit, wohl irgendwie zwischen beiden Welten hin und her zu wechseln. Und wir lustigerweise auch. Wir sind ja aus Versehen mal in der anderen Welt gelandet und haben dort auch schon jemanden kennengelernt, dessen Namen ich vergessen habe. Nicht weiter schlimm. Gab nur einen, ihr wisst, der eine Typ da. Und Team Fusion, das sind die netten Herren da in Orange, wollen Mew für ihre eigenen Zwecke benutzen. Und deswegen haben wir uns ja schon öfters mit denen angelegt. Mit den Rüpeln, mit dem Boss, mit der Frau vom Boss, der jetzt angeblich Dialga, Palkia und Geratina gefangen hat und jetzt irgendwas Lustiges oben bei der Sperrsäule, wie auch immer das hier heißt, machen möchte. Was es mit Mew zu tun hat, weiß ich nicht. Werden wir bestimmt herausfinden. Dementsprechend denke ich, wie gesagt, heute vielleicht das Story-Finale. Ob ich das unbedingt hören möchte, ist die andere Sache. Bislang ist die Story ja doch noch vielleicht ein bisschen intensiver als in normalen Pokémon-Spielen, aber auf jeden Fall noch erträglich. Bin mal gespannt. Und vielleicht schaffen wir ja sogar noch die 8. Arena, da können wir aber erstmal nicht hin, weil ich keinen Taucher habe. So, unser Team. Wir haben nach wie vor dabei Gundam, unser Akani, in dem Thema ist immer noch Danganronpa. Ich will immer die Sound-Effekte aus dem Titlescreen machen, sobald ich Danganronpa gesagt habe. Aber ich kann sie leider nicht akkurat nachmachen. Ich würde ja auch immer noch Akani austauschen wollen, weil Akani ja doch, sag ich mal, recht basic ist. Ich habe allerdings noch nichts Passendes gefunden. Alternativ nehme ich auch sehr gerne einen Flammenwurf, denn das Moveset sieht ein bisschen zusammengewürfelt aus, aber es funktioniert. Dann Nagito, unser kleines Sorgenkind, ich meine, das Moveset ist super, die Entwicklungsstufe nicht. Alternativ kann ich auch noch Maki, unser Glaciola, anbieten. Das ist eigentlich ziemlich gut aufgestellt. Ibuki, unser Luxter, unser Starter. Ich meine, mit Donnerblitz und Knirscher kann man eigentlich nicht so viel falsch machen. Kibo, unser Galagladi. Eine Psychoattacke würde ich auch noch nehmen. Es ist so, ich weiß nicht, ein sehr seltsames Galagladi-Set, aber es funktioniert. Und Shuichi, unser Sumpax, was eigentlich ja auch nicht eingeplant war, aber es ist einfach so gut mit Erdbeben und Siedewasser und Eisstrahl. Deswegen schwierig. Aber ja, das ist so der Stand der Dinge. Ja, der 255 Stärketrugschlag. Warum auch immer. Ich meine, der in Anführungszeichen Nachteil ist natürlich, dass du den Gegner nicht one-hitten kannst. Also egal, wie stark die Attacke auch ist, du kannst ihn nicht one-hitten. Dann wiederum gibt es auch genug Kämpfe, wo ich einfach nur sehr dankbar dafür bin, wenn ich den Gegner auf einen Kapier überhaupt runterhauen kann, beziehungsweise two-hitten kann. Dementsprechend, ne, gerade bei so harten Brocken nehme ich die Stärke auf jeden Fall sehr gerne. Gut, wie gesagt, du kannst halt nichts mit einem Schlag besiegen. Aber, ne, wie gesagt, den Gegner so krass runterzuhauen ist auf jeden Fall auch schon mal viel wert. Als Kind, lustigerweise, wollte ich Trugschlag auch benutzen, weil, ne, ist ja eigentlich eine gute Sache zum Schwächen. Nur, ne, ich weiß nicht, Trugschlag ist, glaube ich, Gen 2. Vielleicht auch Gen 1, ich weiß es gerade nicht, aber ich habe es in Gen 2 zum ersten Mal benutzt, das weiß ich. Und da war ich sieben, sieben, acht Jahre alt. Und ich habe die Attacke nicht so ganz verstanden, weil ich davon ausging, dass Trugschlag so funktioniert, wie es hier in diesem Spiel funktioniert. Nämlich, dass die Attacke einfach extrem stark ist und den Gegner safe auf 1 KP runterhaut. Das hatte ich mir gedacht. Und das hat aber ja nicht funktioniert, ne. Also, wenn du natürlich ein Pokémon hattest, was halt jetzt nicht gerade komplett OP ist, dann haut es den Gegner natürlich nicht auf 1 KP runter, sondern vielleicht, keine Ahnung, zieht die Hälfte ab oder so, ne. Je nachdem. Und da habe ich echt gedacht, ich habe das irgendwie falsch verstanden, oder die Attacke ist kaputt, oder ist voll doof oder so. Also, ich finde übrigens schön, wie hier einfach alles daneben geht die ganze Zeit. Nämlich, das hat mich als Kind sehr irritiert, weil ich halt wirklich davon ausging, okay, Trugschlag, das machst du bitte nicht, ne, setz den Gegner immer auf 1 KP runter. Und das hat das eben nicht gemacht und deswegen habe ich die Attacke sehr lange nicht mehr angerührt. Oh, jetzt habe ich mal ein bisschen Schaden bekommen. Ein bisschen Schaden ist gut. Ein bisschen viel Schaden bekommen. Immerhin hat der Wuchtschlag nicht getroffen. Das finde ich gut. Ja, so von daher gesehen, Trugschlag ist schon eine echt gute Attacke. Nur in den neueren Gens, also ich weiß nicht, ob es in den neueren Gens liegt oder ob es einfach an mir liegt, nur wenn ich den Pokédex vervollständige, beispielsweise in Schwert und Schild, ich brauche Trugschlag eigentlich sehr selten, weil ich sowieso 90% der Pokémon mit einem Flottball fangen kann. Wie gesagt, ob das jetzt daran liegt, dass es irgendwie in Schwert und Schild leichter ist, weiß ich nicht oder ob das einfach schon immer so war. Aber gerade da habe ich super viel Glück mit den Flottbällen gehabt. Gerade so in der Naturzone einfach durchgelaufen, überall den Flottball draufgeschmissen und alles gefangen. Deswegen, da habe ich Trugschlag sowieso eigentlich gar nicht so gebraucht. So, da kann ich rein. Mal gucken, wo ich überhaupt lang muss und ob ich Schutz noch aktiv habe. Aber klar, dass die Attacke hier so stark ist, ist schon ganz nett. Nur trotzdem, Psychoklinge wäre schon noch ganz nett. Gerade auch gegen die ganzen Kampf-Pokémon, die man hier gegebenenfalls noch hat. Oder auch in vielen Pokémon, würde ich auch nehmen. Problem ist halt, Nagito macht nicht sonderlich viel aktuell. Ich habe als Kind nie Schutz benutzt. Ich auch nicht. Ich glaube sogar, bevor ich angefangen habe, zu let's playen, habe ich nie Schutz benutzt. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, wieso. Also mein Gedanke war halt immer, dass ich die ganzen Erfahrungspunkte von den wilden Pokémon gerne mitnehmen möchte, weil das sonst irgendwie verschwendet wäre. Und, ich weiß nicht, das war für mich irgendwie einfach Teil des Spielprinzips, dass du eben durchs hohe Gras läufst, die Pokémon bekämpfst. Also wilde Pokémon waren für mich irgendwie auch wie Trainerkämpfe, so Pflichtkämpfe, sag ich mal. Und um eben auch die ganzen Encounter dann zu sehen. Ich glaube aber auch, dass ich als Kind sehr viel mehr Geduld hatte, was Pokémon betrifft, weil ich früher auch nie ein Problem mit der Geschwindigkeit von Diamant, Perl, Platin und Hartgold und Solosilver hatte. Überhaupt nicht. Es hat mich überhaupt gar nicht gestört. Ich hatte als Kind nie das Gefühl, dass diese vierte Gen langsam läuft. Gar nicht. Also auch als ich danach die fünfte Gen gespielt habe, die ja fairerweise doch um einiges schneller läuft, also ich finde schon, die fünfte Gen ist verdammt flott, und dann wieder die vierte gespielt, mit dem Vergleich habe ich nie das Gefühl gehabt, dass die vierte Gen langsam ist. Lustigerweise, obwohl ich den direkten Vergleich hatte. Hier ist auch noch einer. Dann ist oben vielleicht eine Sackgasse. Deswegen, ich habe einfach als Kind so viel Geduld gehabt mit den wilden Pokémon, mit der Geschwindigkeit vom Spiel. Bin auch immer sehr oft zum Pokémon Center zurückgelatscht und so. Das hat mir überhaupt nichts ausgemacht früher. Und erst als ich angefangen habe zu let's playen und halt wirklich so ein bisschen ja, drüber quatschen musste, in Anführungszeichen, und auch von anderen Leuten andere Meinungen gehört habe, habe ich wirklich angefangen, okay, ne, vielleicht, ich sag mal, fürs Let's play ist es natürlich schon noch mal ein bisschen angenehmer, mit Schutz rumzulaufen, als wenn du jetzt jeden Encounter mitnimmst, gerade in der fünften Gen zum Beispiel. Da kannst du schon mal ein Part füllen mit einer Wiese. Also da hat das erst angefangen, dass ich wirklich gesagt habe, okay, fürs Let's playen ist es vielleicht nicht ganz so praktisch, wirklich alles, alles, alles mitzunehmen. Plus, wie gesagt, ich habe dann halt auch viele verschiedene Meinungen gelesen, weil ihr müsst bedenken, klar, als ich angefangen habe, Pokémon zu spielen, so erste, zweite Gen, da war das noch sehr beliebt. Aber dann kam recht schnell die Phase, wo alle meinten, nee, Pokémon ist voll uncool, das spiele ich nicht, obwohl die das bestimmt alle gespielt haben. Und ich hatte halt wirklich nur die Meinung meiner Mutter. Meine Mutter war genauso gestrickt wie ich, hat auch keinen Schutz benutzt. Und deswegen habe ich halt nie andere Meinungen gehört. Es hat mir nie jemand gesagt, dass die vierte Gen langsam ist. Ne? Deswegen, ne, habe ich früher dann auch nie so empfunden. Mittlerweile bin ich ein bisschen ungeduldiger geworden, glaube ich. Aber es hängt auch, wie gesagt, so ein bisschen mit dem Streamen und Let's Playen zusammen. Ich fühle mich ja schon manchmal so ein bisschen schlecht, wenn ich sehr lange auf einer Wiese bin und nach einem Pokémon suche oder nach neuen Encounters und ein Ei ausbrüte. Da bin ich schon immer so, mh, das langweilt bestimmt. Kai, ich weiß es nicht. Ich habe ja vor einiger Zeit Platin gestreamt. Also es geht hier weiter und es geht da hinten weiter, okay. Und da hat es mich auch nicht so gestört. Da kann ich hochkraxeln. Ich habe keine Ahnung, welcher der richtige Weg ist. Okay, weil ich habe jetzt genau, ne, zwei Möglichkeiten, wo ich hier lang kann. Und links waren halt noch Träner, deswegen sah das für mich eigentlich richtig aus. Da wäre noch ein Item. Ich gucke aber mal ganz kurz hier. Okay. Ich werde mal ganz kurz speichern, falls irgendwas passiert. vielleicht später? Vielleicht später? Kommt mir die Musik hier eigentlich nur so leise vor oder ist die so leise? Aber die Musik ist für euch wie immer, oder? Ich habe da nämlich nichts dran verstellt. Dann ist die Musik da oben wahrscheinlich einfach nur generell ein bisschen leiser. Ich meine, dass hier ein Legi versteckt ist, halte ich nicht für unwahrscheinlich. Das Spiel hat mit Sicherheit einige Legis. Aber ja, das ist auf jeden Fall zum Schutzthema. Was haben wir hier noch Schönes? Ach, guck mal, noch einen Trade Stone. Ich glaube, da haben wir auch schon einen von, aber nur warum nicht? Zu der Geschwindigkeit übrigens noch eben. Ich bin allerdings überhaupt nicht der Typ, der vorspult. Also wenn ich natürlich trainiere oder so, gerade wenn ich jetzt irgendwie vorm Stream noch mal kurz ein bisschen trainiere oder Sonnebonbons verteile oder einkaufe, dann vielleicht schon, ja. Aber abseits davon, gerade so im Stream, mag ich das überhaupt nicht. Außer das Spiel hat eine eingebaute Speed-Taste, wo die Musik nicht drunter leitet. Also wenn die Musik halt wirklich gleich bleibt, während ich vorspule, okay, dann kann man das durchaus auch mal machen bei gewissen Passagen. Wenn man jetzt irgendwie gerade ausgestallt wird oder gerade nur trainiert oder ein Ei ausbrütet, aber ich sag mal, viele, viele Hacks und Fangames haben das eben nicht. Die haben keine eingebaute Speed-Funktion. Das heißt, die Musik hört sich einfach furchtbar an, während man das macht. Und das mag ich dann auch überhaupt nicht. Ich hab's im letzten Stream gemacht für das Ei, aber ansonsten gibt's ja auch wirklich Let's Player oder Streamer, die das wirklich dauerhaft machen. Also die das Spiel wirklich dauerhaft schneller laufen haben, als es eigentlich ist. Oh, da wollte ich gar nicht drauf drücken, aber auch okay. oder halt einfach wirklich andauernd vorspulen für alles. Das finde ich furchtbar ungenehm, unangenehm, um mir das anzugucken. Also ich meine, wir haben natürlich alle so Situationen von wegen, du bist verwirrt, vergiftet, du hast Sandsturm, tausend Sachen und es läuft einfach so langsam und der Gegner macht Schutzschild und heilt sich wieder. Wir haben alle diese Kämpfe, wo wir am liebsten vorspulen würden. Ja, ne? Nur ich bin da nicht so der Typ für. Also wenn ich es privat einfach nur spielen würde, würde ich es wahrscheinlich auch eher machen und das finde ich auch überhaupt nicht verwerflich, wenn man dann mal sagt, okay, ich habe eine Speed-Taste, die Musik ist dann vielleicht ein bisschen unschön in dem Moment, aber okay. Ne? Also, das finde ich auch okay, wenn man das halt wirklich privat macht. Und ihr müsst halt auch verstehen, es ist auch noch was anderes, wenn man es wirklich im Stream macht, nicht nur für sich selber, sondern auch noch für andere Leute. Und da, oh nice, finde ich persönlich das sehr unangebracht. Ne? Wenn ich es halt für mich privat mache, dann kann ich natürlich auch ein Video nebenbei laufen lassen oder auch irgendwelche andere Musik und kann dann vorspulen und die Musik ausmachen oder es stört mich einfach nicht, ne? Kein Ding. Aber so im Stream, wenn ich es dann noch, ist das Schnee, mit anderen Leuten teile und dann entweder, naja, weiß ich nicht, was für Musik unterlegen müsste oder die Musik einfach total widerlich klingt, dann finde ich es einfach unangebracht. Das repräsentiert für mich das Spiel auch irgendwie nicht. Das kommt man immer so vor, wenn Leute in ihren Streams wirklich permanent vorspulen, als wenn sie da eigentlich überhaupt keine Lust drauf hätten und einfach nur schnell durch möchten. Das ist für mich so die gleiche Kategorie wie Leute, die alles liegen lassen. Ach, guck mal, und hier komme ich einfach wieder runter. Ach! Ja! Ich weiß, wo ich bin. Da war ich im letzten Stream. Ich hätte nur ehrlich gesagt, jetzt muss ich den Weg erstmal wieder finden. Ne, das ist der Rückweg, glaube ich. Ich hätte nur ehrlich gesagt nicht gedacht, dass ich den Wasserfall einfach runter surfen kann. Ich dachte, der wäre vielleicht auch blockiert. Na gut. Dann einmal Kommando zurück. Die Träne haben wir ja sowieso alle geklatscht. Nein! Ich muss das schwierige Rätsel nochmal machen. Äh. Warte mal kurz. Wie ging das nochmal? Wenn ich den in die Mitte schiebe... Nee, den. Dann kann ich den anderen runterschieben. Mop, Mop, Mop trifft es eigentlich ziemlich gut. Den in die Mitte, den runter, den dahin, den dahin, den dahin und den da hoch. Ich hatte jetzt auch irgendwie nicht so schnell geschaltet, dass ich eventuell den Shortcut nicht nutzen wollte. Aber wie gesagt, die ganzen Trainer haben wir ja besiegt. Von daher gesehen geht es ja auch ein bisschen schneller. Guckt mal, sind schon wieder da. Äh, beim Durchlaufen fällt das jetzt gar nicht so extrem auf. Aber ich finde, jetzt so beim nochmal schnell Durchlaufen hat man das schon ganz schön gemerkt, wie viele Trainer hier eigentlich drin sind. So. Doppelkampf. Nehmen wir aber lieber mal jemand anderen. Mein Nagito ist schwierig aktuell. Am Anfang ging es noch ganz gut, weil die Gegner einfach nicht so stark waren und die Drachenwut da auch noch viel geregelt hat. Mittlerweile ist er leider noch nicht mal eine richtige Glaskanone, weil ich glaube, so viel Schaden macht er auch nicht. Eigentlich ist er nur aus Glas. Natürlich haben die auch nur Kampf-Pokémon. Maki ist not amused. Dann machen wir einmal ein Flammenrat und verpieseln uns wieder. Dann wiederum Nagito wäre genauso wenig amused gewesen. Deswegen wäre so ein Feen-Pokémon noch echt cool. Im besten Fall in Kombination mit irgendeinem anderen Typen, weil ich ja immer noch ganz gerne auch ein Feuer- oder ein Wasser-Pokémon noch hätte zum Austauschen. Mal gucken, was wir so finden. Ich meine, wir können ja auch immer noch, ich sag mal, später Ach ja, du hast ja gar keine Psycho-Attacke, egal, in Joto auch noch Pokémon austauschen, also nach der Pokémon-Liga. Vielleicht kriegen wir ja dort noch richtig, richtig coole Pokémon. Und ich meine, das Team ist ja auch nicht schlecht. Es wird nur nicht super ausgefallen, aber das kann ich ja im Vorfeld auch nicht wissen. Wenn ich jetzt eine Edition mit euch zusammenspiele, da kann ich mir im Vorfeld überlegen, wen ich mitnehmen möchte, weil ich ja auch weiß, was es gibt und kann da teilweise auch richtig coole Teams zusammenstellen. Aber solche Hacks und Fan-Games habe ich natürlich eine Erdbeben ist jetzt vielleicht nicht ganz so. Keine Ahnung, was mir da so über den Weg läuft. Also es ist ja auch irgendwie das Lustige daran. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Reiz bei Randomisern zum Beispiel, dass du einfach überhaupt keine Ahnung hast, was du am Ende für ein Team haben wirst. Da kann man sich immer so ein bisschen überraschen lassen. Gickli! Oh! Nice! Ich glaube, jetzt werde ich, dass Eruption jetzt noch so super viel bringen wird mit dem niedrigen KP-Wert, aber okay. Ähm, na gut, machen wir dich erstmal platt und greifen hier an. Ich denke mal, so ein Zertrümmerer wird da ja wohl reichen für das bisschen. Ja, die Eruption war echt süß. Story dazu, die ich immer super gerne erzähle, habe ich glaube ich auch schon ein paar Mal. Als ich zum ersten Mal Pokémon Saphir gespielt habe, das war auch mein erstes Spiel, ne, meine Mutter hat Rubin gespielt und ich habe Saphir gespielt, also wirklich mein erstes Mal Höhen, das wollte ich sagen. Und da habe ich als Feuer-Pokémon ähm, Kamaub genommen, weil ich fand, Kamaub sah halt echt richtig knuffig aus. Und finde ich auch immer noch, ich finde, Kamaub ist ein echt süßes Pokémon. Nika, Dankeschön für acht Monate Treue. Und Punkt eins, ich war nicht so begeistert, als sich entwickelt hat, weil ich finde, Kamerub ist jetzt nicht so eine Schönheit. Ich meine, Mega Kamerub finde ich eigentlich ganz cool, aber normales Kamerub, weiß nicht, mit diesen, mit diesen Nullen da auf dem Rücken, war nicht so meins. Punkt zwei, ich bin ein großer Fan von Flammenwurf. Also ich mag überhaupt nicht, wenn ich ein Pokémon habe, was von Glut auf Feuersturm oder so umsteigt. Ich brauche meinen Flammenwurf und den hat es natürlich nicht gehabt. Punkt drei, Troy hat mich ziemlich hart verprügelt, weil Kamerub einfach nichts konnte. Punkt vier, worauf wollte ich jetzt eigentlich ursprünglich hinaus? Auf die Eruption, genau. Ich hatte dann irgendwann, ne, Eruption, dachte mir so, boah, geil, trifft immerhin immer, meine ich. Ja, nur schade, dass halt Kamerub einfach Omega langsam ist. Hi, na, und die Eruption dementsprechend meistens nicht ganz so erfolgreich war, wie ich es gerne gehabt hätte. Seitdem habe ich eigentlich immer Kurdel genommen als Feuer-Pokémon. Das hat nämlich auch einen Flammenwurf gelernt. So, du hast es geschafft. Du hättest dich an den Plan, oder? Na klar. Das Fusion-Labor ist gleich da vorne. Wir beeilen uns und, ja, sollten langsam aus der Kälte raus. Ah, ich stelle sicher, dass niemand diesen Bereich hier betritt oder verlässt. Wenn du den Pokémon geheilt haben möchtest, dann werde ich das übernehmen. Nice. Das heißt, Henry steht quasi Wache, dass keine Verstärkung hier reinkommt und dass auch niemand rausläuft. Heilt uns. Und wir können zusammen mit Blake durch den Schnee laufen und, ja, im Fusion-Labor gucken, dass wir die Pläne von Team Fusion vereiteln, die ich vorhin schon mal kurz erklärt hatte. Es ist ein bisschen antiklimatisch, dass hier jetzt einfach ein Labor steht. Also ich finde so, wenn ich an so einen großen Berg denke, denke ich automatisch an den Kraterberg und an die Sperrsäule. Und da steht hier einfach total antiklimatisch so ein Supermarkt rum. Welcome, Trainer. Nothing to report. Ich glaube, Henry kann auch nicht so viel reißen, habe ich so das Gefühl. Der ist so der ungeliebte Sohn von Team Fusion und er hilft uns jetzt auch nicht so viel, aber er tut zumindest, was er kann. Oh, hier ist sogar noch ein PC. Das ist ja nett. Kämpfen. Oh, du willst einen wiederverwendbaren Beleber kreieren? Ja, den würde ich auch nehmen. Was mit dir? Ah, du willst aber kämpfen. Aber ich finde trotzdem, dass auch die Heilpunkte ganz nett positioniert sind. Du hast mitten im Berg einen und du hast hier oben nochmal einen. Ja, Henry ist wirklich einfach stets bemüht. Das trifft es eigentlich ganz gut. Aber ich meine, er gibt zumindest sein Bestes. Zumpax levelt mir auch davon. Wenn wiederum wenn ich da oben tatsächlich Dialga, Palkia und oder Geratina bekämpfen muss, vielleicht nicht schlecht ein bisschen zu leveln. Ja, die gute Musik. Generell haben sie sehr, sehr viele verschiedene Tracks hier eingebaut. Also auch wirklich mehr als man denken würde. Du hast quasi die Stadtmusik und in den Häusern hast du teilweise nochmal andere Musik. Was ich eigentlich schön finde, dass sie wirklich so extrem viele Musikstücke eingebaut haben. Manches ist ein bisschen fragwürdig manchmal. Ja, aber an sich. Immer ganz schön die ganze Musik zu hören. So eine halbe Stunde habe ich Zeit zu gucken. Dann gucken wir mal ob wir bis dahin eventuell zum Story-Finale kommen. Das Passwort hat irgendwas zu tun mit April. Okay. Okay. Gut, dass ich ein Passwort brauche. April, April? April, April. Viele Menschis. Ja. Das finde ich auch immer ganz schön. Also eigentlich, gut, ich kündige meine Streams auch an. Ich glaube, wenn ich spontan streamen würde, dann wären vielleicht auch Leute da, aber wahrscheinlich nicht so viele. Aber nee, ich habe eigentlich immer das Glück, wenn ich streame, dass dann auf jeden Fall auch immer Leute da sind, was ich immer total schön finde. Weil ich sage mal, es ist natürlich schon ein bisschen angenehmer, wenn ich jetzt hier rede und ich habe dann den Chat, der mit mir redet und ich kann auch auf Dinge eingehen. Ich meine, ich habe vorhin auch zehn Minuten gefühlt über die Geschwindigkeit von Diamant und Perl gesprochen, nur weil Kai erwähnt hatte, dass er früher nie Schutz benutzt hat. Also einfach so ein paar Anregungen sind immer ganz schön. Wenn ich jetzt hier wirklich einfach nur sitzen würde und mit mir selbst reden würde, wäre es ja so ein bisschen wie ein Let's Play, was auch nicht schlecht wäre. Aber der Reiz beim Stream ist ja nur mal, dass das Ganze live stattfindet und man eben Leute hat, die mit einem so ein bisschen interagieren. Deswegen ist es immer schön, so einen aktiven Chat zu sehen. Beziehungsweise so ab und zu gucke ich auch mal so ein bisschen auf die Statistiken. Jetzt nicht nach jedem Stream, aber so ab und zu mal. Oder Jan hat auch ein Auge drauf und dann sieht man ja auch, wie Leute wirklich zugeguckt haben und auch Leute, die vielleicht gelurkt haben. Ist auch immer schön zu sehen, wenn halt, also selbst wenn jetzt, sag ich mal, 100 Leute zugucken und nur 20 chatten mit, aber man ist ja trotzdem auch dankbar für die Leute, die dann vielleicht nur lurken. Ist ja auch eigentlich ganz schön und auch kein Problem. Das Passwort ist irgendwas, was Dialga benutzt. War mir nicht gerade noch bei April? Okay. Vielleicht hat Dialga den April-April-Stahl. Bestimmt. So. Das Ding ist schon so ein halbes Gesicht irgendwie da auf den Tisch. Achso, du willst gar nicht kämpfen. Willst du kämpfen? Ja. April und Zeitenlärm. Ja. Man weiß es nicht. Aber um auf das einzugehen, was Woggle auch geschrieben hat, ich meine, es gibt bestimmt auch Leute, denen ist das vollkommen egal. Die haben ihren Tagesplan. Der steht auch fest und wenn sie Zeit haben, gucken sie halt einfach, ob gerade irgendwo ein Stream läuft. Wenn ja, ist schön. Wenn nicht, dann nicht. Also das funktioniert natürlich auch, dass man einfach seinen strikten Plan hat und wenn man eben gerade Freizeit hat, dann kann man eben gucken, ob irgendwo ein Stream läuft. Nur ich persönlich mag es halt auch einfach für mich persönlich, lieber mir feste Streamzeiten und Tage festzulegen. Weil ich bin sowieso ein sehr durchgeplanter Mensch, denke ich. Glaube ich. Ja. Okay. Ich habe halt für jeden Scheißlisten. You're mine. Danke, Joker. Ich will deine Liste haben. Joker für meine Liste? Ja, ich glaube auch. Ich gucke sofort nach, nach dem Kampf. Dann kann ich eben meinen Monolog noch zu Ende führen. Also wirklich für alles. Für To-Do-Listen und für Haus-Stuff und für dies und das. Ich habe, oder Kampf war kürzer als gedacht, aber ich kann mich noch eben heilen gehen. Also ich habe so viele Listen und ich glaube halt einfach, das härteste Material, was es gibt, Diamant? Diamant und Dialga würde passen. Was mit April zu tun hat, weiß ich immer noch nicht. Also ich brauche das einfach, weil ich glaube, wenn ich keinen Streamplan hätte, dass ich dann vielleicht auch irgendwann anfangen würde zu schludern. Ist das ein offizielles Wort oder ist das schon wieder Dialekt? Ist schon ein richtiges Wort, oder? Ja. Okay. Manchmal bin ich mir nicht so ganz sicher. Ich glaube dann nämlich, dass das so ein Fall wäre von, ja, ähm, wie soll ich es am besten sagen? Nicht, dass ich dann sagen würde, ach nee, ich habe keine Lust zu streamen oder so. Aber ich glaube einfach manchmal, ihr kennt das vielleicht selber, ist man einfach faul. Man will eigentlich irgendwas machen, man hat auch eigentlich Lust drauf. Kennt ihr das auch? Ihr habt Lust, ein Spiel zu spielen, aber ihr seid einfach zu faul, es zu tun, obwohl ihr Lust drauf habt? So richtig dumm. Und ich glaube halt wirklich, wenn ich keine Streampläne hätte, dann hätte ich zum einen das Problem und zum anderen, weiß nicht, ich mag das, mich darauf einzustellen, so zu wissen, okay, ich koche jetzt um 14 Uhr, ähm, dann kann ich noch, keine Ahnung, ein Stündchen spielen und dann ist Stream oder so. Ich brauche einfach diesen Tagesablauf für mich persönlich ähm, und deswegen brauche ich einfach die Streampläne. Und ich glaube, es ist für euch mit Sicherheit auch angenehmer, wenn ihr jetzt zum Beispiel ein Projekt habt, was ihr unbedingt gucken wollt, dass ihr dann wisst, okay, ich will jetzt unbedingt Glace zum Beispiel sehen, ist jetzt, äh, was ist heute, Donnerstag? Ja, Donnerstag 17 Uhr, okay, dann kann ich halt, äh, vorher noch Stuff machen und so und mich drauf einstellen oder vielleicht kann ich auch irgendwas verlegen, ne, also jetzt, manche Dinge kann man natürlich nicht verlegen und sollte man auch nicht für einen Stream, aber, ne, man kann natürlich sagen, ich mache dann vorm Stream zum Beispiel essen. Deswegen, also ich persönlich freue mich immer über Streampläne, ich kann aber auch verstehen, wenn andere Leute keine machen. Nur ich, es würde einfach überhaupt keinen Sinn ergeben, wenn ich keinen Streamplan hätte. Also, ich habe für jeden Mist. Dass ich noch keinen Kloplan habe, ist eigentlich ein Wunder. Ich habe für alles einen Plan. Deswegen. So, Achtung, der Ingame-Sound ist einmal kurz weg. Aber er kommt wieder. Da kam nämlich eine Donation rein von Kiert, aber ohne Nachricht. Flup. Dankeschön. Vielen lieben Dank auf jeden Fall. Geht alles in unsere Hausbaukasse rein. Ja, Alex, genau das habe ich bestimmt auch schon getan in meinem Leben irgendwann mal. Ja, Dankeschön auf jeden Fall. So, die Sache ist, ach so, das Goldene Bisasam ist einfach der Platzhalter für alles. Hm. ja, meine und tollen. Da wie